Hallo liebe Keinbach-Family, es freut uns wirklich sehr, dass ihr so bei unseren Challenges mitmacht. Wahnsinnige Leistungen der Kinder und Eltern, herzlichen Dank dafür. Heute gibt es eine Challenge, die ihr sowohl in der Wohnung als auch im Garten machen könnt. Ihr bekommt dann im Anhang von mir ein kleines Beispiel. Da gibt es eine Liste, da stehen zehn Dinge drauf, die müsst ihr in der Wohnung oder im Garten suchen und sie in Form von einem schönen Mandala für uns auflegen und uns ein schönes Foto schicken. Als zweite Aufgabe, weil es ja nur relativ kurz und schnell geht, würde ich euch bitten, dass ihr einfach in der Wohnung oder im Garten mit dem Ball euch läuferisch so bewegt, solange ihr könnt. Das heißt ein bisschen gemütliches Ausdauerlaufen, es muss nicht schnell sein, sondern eher langsam und eher auf längere Zeit durchhaltend. Ihr könnt den Ball natürlich mitnehmen oder es auch ohne Ball machen. Ich hoffe auch wieder auf so coole Videos und Fotos und freue mich dann schon wieder auf Donnerstag.